Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, seit es heute kommt die AdriaLXL2E4O260 in Serie und die zeige ich euch heute. Die erste Karte ist Nathani, Nathani, Kleine, 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 Klein, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, wenn ich die Laune nicht richtig aussprechen kann, dann aber der nächste Spieler. Ari Skullarsson aus Island und der kommt aus England. Nächste. Amir Abras hier aus Albanien. Nächste Karte. Johann Dioro aus der Schweiz. Michal Katlec aus Tschechien, ich hoffe den spreche ich auch richtig aus, sonst wäre es ein Zungenbrecher für mich. Nächste Karte. Dennis Kloos K, nee, Dennis Kloos K, nee, Dennis Kloos Haakov aus Russland. Kloos Kloos Lagos. Kloos coral. Dieskirgt hochstation. Titelabist. Aus Island. Nächste das ist ja schon viel geiler was ich hier kriege Topio Topio Marco Verratti aus Italien Nächste Alex Strom Maxim ich glaube das ist jetzt ein Torwart ja auch C.A. Giffen Giffen seit wie steht auch seit 1996 spielt der Torwart schon viel erlernt oh ich hoffe mal eine Eleven das hat man ein bisschen so von unten gesehen und ich kann nichts mehr reden die Eleven von Deutschland die ist echt selten und trotzdem habe ich die gekriegt ja mit Neuer, Ginter, Hummels, Boateng Hector, Kors, Schweinsteiger, Müller, Ösi, Reus und Götze die Glitzer da auch so schön sehr geile Karte noch zwei Spiele habe ich da habe ich hier einmal einen türkischen Spieler und zwar Ketschukinan und dann noch ein Abwehrspieler oder ich weiß nicht Lukas Podolski aus Deutschland das war es mit meinem Karten ich hoffe es hat euch gefallen von der AdrianXL Serie und Tschüss